ja wenn er wenigstens direkt reinfallen würde das ist ja weiß ich nicht ja ja da passen bestimmt noch 23 rauf ich hab da noch so ein kleines ding kaputt gemacht und dann weiter zum nächsten aber ich muss sagen geschlagen ist immer noch ganz schön laut obwohl ich schon auf 25 runter gemacht habe kann man ihn überhaupt fällen so schwuppidiwups 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 so wo sind die anderen loks hin warum fallen eigentlich in solchen spielen die bäume immer doof weil die nicht intelligent sind also die kippen um und sind dann kaputt irgendwo sind noch hier sind sie gefunden ich glaube mittlerweile das ist dann nichts mehr aufpassen doch doch passen warum ich den runter genommen ist er voll dumm könnte ich jetzt eigentlich auch fahren mit den mit den dingern ja es nimmt formen an warum wärst du den lokalen schütten denn nicht da hinten hin weil ich noch zwei eine hand hatte und jetzt sogar noch ein see das ist ein großer kleiner hier ist noch einer noch ein dritter und kleiner wir sind anscheinend in seaworld mann erst christ dann seaworld was was gibt es hier noch für überraschungen ja famos famos gott ey ohne ausdauer bäume zu schlagen ist echt schon skillen müsste man können so ausdauers gehen guck mal ich hab einmal rausgehauen ja sicher besser komm komm du einschlagen bomb ist kaputt easy wo ist denn jetzt der rest gelandet wo ist denn jetzt der schlitten ach da fehlt da nicht einer ja dann musst du mal gucken der ist bestimmt im haus ja einer lag hier drin aber hast du ja er ist fast zum see geflogen oh gott er wollte schwimmen da runter in die höhle hä wo ist denn jetzt der schlitten hin aha ich muss ja sagen meine orientierung im wald ist ganz schön scheiße deshalb wolltest du an den strand ja kann ich aber meine ausdauer wieder erhöhen ähm die erhöht sich doch automatisch ne ich mein du der balken der ist ach so ähm der du meinst jetzt den blauen oder was den dunkelblauen ach wenn du soda trinken ja ja diesen dunkelblauen das ist ja glaub ich die gesamtausdauer die ich hab kann man nicht auch boost für trinken oder goose oder schmus oder bei boost steht lower energy äh äh hab ich nicht gerade ach so ach jetzt ja das ist irgendwie voll sinnlos dass der slatt hier hinten irgendwo steht ja war gut dass wir ihn gebaut haben aber hier sind so viele Rehe auch ne jetzt weiß ich natürlich nicht welchen Bomben habe ich denn gerade überhaupt gefällt ach keine ahnung irgendwo liegen noch zwei Loks ich will eigentlich jetzt nicht alles hier drumherum abholzen ach du wieder ach das sieht doch immer scheiße aus wenn du so ja dann nimm den Schlitten mit dann bauen wir jetzt hier ab hier ist ein bisschen weiter weg ja da findest du nicht ich weiß ja nicht ob die nachwachsen wenn die nachwachsen wäre es ja egal ja mir ist das wurscht wenn die Bäume weg sind sind sie weg wir brauchen schon Sauerstoff du nein naja aber letztlich geht es ja darum dann haben wir auch ein bisschen mehr Fläche können ja aber ich finde dann kann man immer noch abholzen ja dann können wir doch jetzt abholzen ja aber jetzt brauchen wir die Fläche vielleicht noch nicht ja aber jetzt brauchen wir die Fläche vielleicht noch nicht also ich brauche diese Fläche jetzt schon safe du und du Müllers Kuh oh da ist so ein Vieh greift unser Holz an Opfer was machst du Opfer er kommt noch nicht mal zum sterben ich glaube wir müssen die entsorgen sonst kommen die alle aber wohin ich weiß es nicht aber ich glaube ich habe mal gelesen das war jedenfalls früher so dass wenn man die woanders hingebracht hat weil die Leichen locken die Viecher an mhm also so war das jedenfalls im Singleplayer mal na der trinkt jetzt auf jeden Fall ein bisschen was ok ne das ist ja nett von dir ok der Schlitten ist voll ok echt da passt doch noch ein Baum rauf echt ne 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 also ich konnte jetzt nichts mehr drauf setzen tut 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 ich wo mich nimm ist keine Rückfahrkamera ne leider nicht ist das billig Modell warte mal ich konnte doch bestimmt in diesem Überlebenshandbuch auch gucken was man essen konnte oder nicht alles ne eben nicht doch du kannst alles essen ja ich meine dass es nicht giftig ist ach ist ja langweilig ne ich edible ist essbar oder ich glaube schon berries ok blau indigo farbene bären mit einer kleinen krone blau indigo farben höh 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 hoh fängt man am besten an. Rabbit Cage ist gut, weil man kann ja auch die... Ah, nee, wir brauchen bevor wir ein Rabbit Cage machen, bräuchten wir natürlich so ein Fangding, um die zu fangen. Das ist doch so ein Rabbit Cage. Ne, ne, da kannst du die halten und züchten. Ach, das war das Ding, was ich nie gesehen habe. Genau. Ah, okay, stimmt. Bei mir hatten die immer richtig End-Hard-Course-mäßigen Sex. Ja, weil ich finde auch so ein Wassersammelding mit dieser Schülkröte ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, das können wir auch bauen. Dann so ein Garten finde ich auch nicht schlecht, um so Sachen wie Aloe Vera und so anzubauen. Na gut, da habe ich nie gesehen, dass irgendwas passiert ist, aber... Ja, ich auch nicht, aber vielleicht haben sie das mittlerweile ja gefixt. Hier müssten irgendwo noch mehr Loks rumliegen. Echt? Ja, oder nicht? Das waren doch jetzt zwei Bäume, da müssten doch acht Loks sein. Also ich habe jetzt auch noch ein paar wieder aufgesammelt. Wie viele sind hier drin? Sechs? Ne, sieben. Okay, meint der Einer liegt hier noch irgendwo? Möglich. Doch, da vorne oder sind das die... Ne, hier sind noch zwei, also einer von... Ich habe auch noch zwei gefunden. So, jetzt ist es voll. Okay, jetzt passt ich es mehr rein. Warte, ich nehme, wo ist er hin? Faules Stück Scheiße. Was denn? Meinst du mich? Finde ich meine ich nicht. Danke. Ich habe wieder... Ich habe wieder richtig nett hier. Du bist den Schlitten hier mit, ey. Ja, ich hatte zwei Bäume in der Hand. Oh, ich hatte zwei Bäume in der Hand. Kann ich mal so einen Garten bauen? Ja, mach so. Dann brauche ich zwei Loks. Wo soll ich den hinsetzen? Hier so? Hier, so. Guck mal bitte. Wo ich jetzt gerade stehe, im Grunde so vor mich. Ja, da kannst du immer. Ich muss den nur kurz ein bisschen... Ja, soll ich den da hinbauen? Ja, mach. Oh, Moment. Oh, man kann den größer machen. Echt? Ich sehe hier absolut gar nichts. Warte mal. Ich mache ihn mal so ein bisschen kleiner. Also jetzt nicht so... Dann mach mal hier ruhig. 20 Hektar. So. E. Guck. Vier Loks braucht das Ding. Jetzt haben wir natürlich hier keine Loks mehr. Echt? Das ist so, deswegen. Okay. Einen Moment, dann schlagen wir hier einfach einen Baum zu. Na, hallo. Hier. Nee. Schön weit weg mit der. Na, schieb mich mal mit. Ist in Ordnung. So, hier können wir Bäume kaputt machen. Man kann Steine in den Loks nicht machen. Echt? Ja. Wie viele? Der liegt noch am Baumstamm. Ja, der lag da gerade auch noch. Ah, das ist, glaube ich, der, den ich verloren habe. Ach so, okay. Der war lost. Ach. Ist der auch mit der Zeit gereist, oder? Ja. Aber ich hoffe, ich habe noch dieses Mini-Intro von... von damals. Da gab es eine Intro zu? Ja. Zumindest in der ersten Folge gab es das. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es immer gemacht habe. Das war mit diesem Sound von Lost, der immer vor jeder Folge kam. Ach ja. Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Wo dann bevor... Eigentlich wollte ich das ja so machen, dass ich immer irgendeine Szene aus dem Video nehme. Aber? Und dann das Intro mache. Aber dann hatte ich immer keinen Bock, das zu machen. Ich mache den Garten schon mal eben, ja? Hm. Schon mal die Recher-Männer-Arbeit, ne? Ja, ich auch. Ah, was hier? Gartenarbeit. Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Fertisch. Hat der aber flott. So, guck mal, ich habe ein Aloe Vera-Samen. Wie kann man das pervers sehen? Oh, ich muss ihn gießen. Ich habe keine Gießkanne. Hm, musst du da rauf strullern. Hä, wo sind die anderen beiden Loks hin? Hier sind irgendwo noch zwei Loks. Deine erste Reaktion auf sowas. Da bist du gut rauf strullern. Ja, wenn du keine Gießkanne hast, ja? Ähm, wir sollten mal ein Feuer machen. Bitch, please. Oh, 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 oh. Mach ein Firepit und dann brauchen wir einen Drying Rack. Ja, kannst du mir sagen, wohin? Ich will das jetzt nicht alleine entscheiden. Na, ich würde sagen, vor's Haus, oder? Ja, aber hier ist nicht so viel Platz. Na, dann, warte mal. Nebens Haus. Warte. Eichhönchen. Wo ist denn jetzt der Baum? Ach da. Alter, ich habe Eichhönchen umgebracht. Boah, bin ich eine harte Sau. Du bist ein Tier. Ein Tier, ey. Ähm. Da kommt aber zwei Baumstämmen angerannt. Na, warum? Wie denn? Ja, hier so hin, oder? Ich weiß nicht. Hier so? Da so? Oder hier so? Neben dem Baum. Ich weiß nicht. Hier, meinst du hier so, ist gut? Können die kaputt machen eigentlich den Baumstumpf? Ich glaube, man kann die entfernen, oder? Ich weiß es nicht. Ist ja cool. Ich glaube nicht. Ja, mach einfach. Okay. Hau da einmal drauf und dann zack, Junge. Weg mit dem Scheiß. Also hier so, wo der Baumstumpf war. Ja, würde ich sagen. Hier. Nico, der will der Handwerker. Doch, hier gibt's aber. Alter, die haben aber das auch ganz anders gemacht. Jetzt mit den Untermenüs, ne? Jetzt müssen auch das aufgeteilt. So, soll ich das Drying Rack da rüber bauen? Nee, gab's nicht noch. Warte mal, warte mal. Gab's nicht noch was anderes? Gab's doch noch was Geileres als dieses Drying Rack, oder? Gab's nicht noch so ein Ding, was oben so eine Fläche hatte, wo du die dran gehangen hast? War das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Nee, Skin Rack war es nicht. Gab's sowas? Es gab einen Kochtopf. Nee, ist ja korrekt da. Nee, nee. War das? Oder war? Ich bin der Meinung, das war was, wo, wie mehrere Holzästelchen waren. Du konntest halt mehrere Sachen daran hängen. War das nicht das Drying Rack? Nee, aber das ist ja nur so. Guck mal, das ist ja dann, wenn man das jetzt platziert, ist ja nur so. Gab's nicht was, was noch mehr, also breiter war? Ich guck gerade mal durch. Aber irgendwie nicht, nee. Ja, mir war so, als ob. Hä, warum hab ich den jetzt fertig? Nee, das war das, glaube ich. War ich das jetzt mit der da ran? Nee. Achso, ach cool, guck mal. Sollen wir direkt was machen? Ja, guck mal, hier ist ein Kopf. Oh Gott. Hier, er kann uns sein Essen angucken. Nee, guck, das war das. Und das bleibt länger haltbar, oder? Also das verdiebt nicht direkt. Das war eigentlich länger haltbar, meiner Meinung nach, ja. Aber ich bin der Meinung, wir hatten auch was, was ein bisschen mehr Fläche hatte. Ich glaube, wir haben ein paar zu viele Fische. Vielleicht haben sie das auch verändert. Das kann natürlich sein. Brät das überhaupt, wenn man das da dran hängt? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Das dauert halt eine Weile, bis es fertig ist, aber das hat gebraten. Ja, das hat länger gedauert, ne? Ja, ja. Ja, nicht, dass das nur so was für Sachen ist, die schon fertig sind, die du da dran hängst, damit das nicht verschimmelt. Nee, nee. Ich glaube, das hat auch länger, also es dauert länger, bis es fertig ist, aber es hat auch länger gehalten. Da bin ich mir fast ziemlich sicher. Okay, das ist schon mal gut. Aber wir brauchen noch 26 Loks. Und ich muss was essen. Ja, deswegen würde ich ja was machen. Alter, geht der Baum mal kaputt. Ja, ich habe noch Schoko-Dinger. Ja, ich auch, aber ich will die für sowas eher für so Höhlen-Sachen verwenden. Ja, aber, ne? Warte, muttern Mut. So schlimm geht's mir noch nicht. Ich warte mal, bis das fertig ist. So, so. So, so, so. Da ist noch ein Lock. Eigentlich ist es zum Water Collectors halt Schwachsinn. Wieso? Weil wir direkt neben so einem kleinen See sind. Ja, aber du weißt ja nicht, ob das zum Beispiel kontaminiert ist, das Wasser. Ja, aber Regenwasser ist doch auch... Nein. Das wird doch, glaube ich, auch kochen, oder nicht? Nein, ich glaube nicht. So, 21 Stück noch. Ey, du blödes Kackvieh. Geh mal aus dem Garten raus. Was soll denn das? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob da was drin wächst. Ja, musst du da nicht erst irgendwas einpflanzen? Ja, ich habe meinen... Deinen Samen da drin verteilt. Das macht dir Spaß, ne? Hä? Warum wurde ich denn hier zurückgekickt? Der Baum hat mich attackiert. Er hasst dich. Der ist jetzt aber lange gefallen. Wir müssen auf jeden Fall auch ein weitreichendes Netz hier von Lichtern und so aufbauen. Warum? Damit man was sieht. Achso. Nein! Was denn? Ah. Man kann beim Schwimmen keine zwei Loks tragen. Unrealistisch. Moment, ist da noch einer jetzt drin oder was? Ihr habt keine Ahnung. Äh. Wenn ja, sehe ich ihn nicht. Ganz ehrlich, guck mal, das sind so lange Bäume. Die müssten mindestens 20 von diesen Loks geben. Höh! Habe ich irgendwas in der Hand? Also manchmal, wo ist denn meine Waffe schon wieder? Guck mal, da am Baum. Du frierst. Ich friere. Ist mir doch scheißegal. Loy. Er ist einfach gestorben. Wer ist gestorben, der Baum? Der Waschbär. Ja, der Waschbär hat gerade am Baum gekratzt. Voll süß. Ich habe ihn einfach gedönt. Warum ist... Ich habe ein Trophäe. Ich habe den Kopf. Warum ist meine erste Reaktion... Ah. Da ist was fertig, glaube ich. Ich habe was... Hier. Weißt du? Ja, aber ist das jetzt fertig? Hä? Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Nein. Ist noch nicht fertig. Ist noch raw. Warte. Zack. Kann man... Man kann doch bestimmt die Dinger behalten. Wir legen mal unsere Trophäen hier so hin. Ja, aber das... Das wird ja überhaupt nicht... Fertig. Ich meine, bevor ich jetzt noch hunger, nehme ich mir mal einen Schokoriegel, aber... Oder? Ja, na, ich weiß nicht. Aber es gab irgendwas, da konnte man es drüber hängen und dann wurde das gar. Ja, das weiß ich auch noch. Ich glaube, das war das auch. Aber irgendwie funktioniert es jetzt gerade nicht. Und das dauert halt wirklich sehr lange. Oh, Taschenlampenman ist am Start. Flashlightboy! Was? Ja, da hinten ist ein Flashlightboy rumgelaufen. Oh, nee. Ist mir scheißegal. Ich meine, das Baum kaputt hier. Da, wo der Waschbär gerade so süß dran gekratzt hat. Ja. Oh, Lizards, ich muss... Wir müssen Lizards töten, ne? Ja, super. Warum? Äh, die geben da Rüstung. Was ist das? Ja, einen Lizard habe ich schon. Also einen Lizard, äh... Skin. So, ich... Ich hole den Schlitten mal. So, geh kaputt, du scheiß Baum. Geht doch. Kriegst nochmal eine mit. What the fuck? Was... Was ist denn? Hä? Er hat einen geilen Tanzmove gemacht, der Baum. Hä? Wo ist denn jetzt der Lockdown? Ach, hier. Du bist kalt und weck. Ja. Lass den fallen lassen. Ist er jetzt im Wasser? Ja. Hä? Aber wo die anderen sind, da ist noch einer. Wo ist er? Da ist auch noch einer. Sehr gut. Ja, aber sobald du ins Wasser gehst, lässt er den anderen fallen. Man kann ja gar nicht richtig tauchen hier drin, das ist ja doof. Setz... Setz is true, setz is true. Meine Fresse, dir ist kalt am Arsch, Junge. Ehe ist einfach nur wieder runternehmen, ne? Ja, im Grunde nimmst du es da wieder auf. Hm. Das ist doof. Und dann ist es aber immer noch raw, also irgendwie... Naja, es ist nicht so cool. Food and Water, aber mehr gibt's dafür auch nicht. Achso, das sind die Effigies, die wir machen können. Genau, Boats. Oh, es gibt jetzt auch einen Dock und einen Large Raft und sowas. Schnauze, ich will lesen, ja. Man. Hm. Wie mache ich denn den Poison Week Spiel? Oh, nein, das Fleisch ist spoilt. Echt? Jetzt schon? Ja. Ich erinnere, dass er sich im Inventar hatte. Achso. Was machst du denn jetzt? Standing. Wo soll ich den Standing feiern? Ja, toll. So ist es. Willst du Sex? Also irgendwas ist heute mit dir los, ne? Man muss doch mal fragen.